Musik Ich heiße Heiner Konczak, hier beim Robert-Gernard-Abend bin ich verantwortlich für die Zusammenstellung des Programms, für die Regie, Komposition und musikalische Leitung. Ich möchte ein Liedchen, das mit dem Satz begann. Da gibt's ein Riesenschnitzel, da gibt's ein kleines Schnitzel, da gibt es gar kein Schnitzel, dann mach ich einen Bratlingwahn. Ich mag diese Art von Humor wahnsinnig gerne, weil sie auf einem unheimlich hohen Niveau ist, weil selbst die größten Nonsensgedichte ganz oft einen entweder großen Tiefgang haben oder weil sie einfach besonders intelligent sind, deshalb Robert-Gernard. Die kommenden Knochen werden unsere Gürtel einer engen Zerreißprobe unterschneiden. Jetzt müssen wir Standhäßlichkeit und Bürgerkind beweinen. Deshalb ruhe ich alle Menschen guten Brüllens dazu aus, mit mir in den Ruf einzubrechen, Peinlichkeit und Knecht und Dreistheit müssen in unserem Kratersand wieder Gültigkeit verkommen. Und zwar jetzt oder wie. Man kann wahnsinnig viel lachen, das auf einem unheimlich hohen und leichten Niveau. Man sieht obendrein, was man auch nicht alle Tage hat, dass alle Leute, die auf der Bühne sind, total Spaß haben, das zu spielen und miteinander das für das Publikum zu spielen. Das ist ein kleines Geschenk. Die dieses Ben auch ungern duldet, da sie ihm zweimal fünfzig schuld. Im Kurmodell von Königstein ist jeden Samstag Tanz. Dort dreht den sieben Mäuschen ohne Unterlass und Päuschen. Der Katze auf den Schwach, der Katze auf den Schwach.